Moin Leute, euer KonyokoTV ist wieder am Start mit WWE Supercard Season 5. Ja, ähm Leute, ich hab jetzt, ist endlich geschafft, ich hab's ja endlich mal geschafft, diese Direktruktion zu starten. Es hat echt lange gedauert, die Kumpel von mir hatten auch in den ersten paar Tagen, ich habe auch dann. Also, es wird geil, dass wir ein bisschen goffig einfach mal für uns dann kreien. Ähm und joa. Ebenfalls, oh, alles klar. Mal gucken, was da schon kommt. Elben, ebenso, ich hab, oh Gott, abhauen damit. Kannst du, kannst du in deine Speiche deines sonst woens schieben. Ähm, Charlotte, Edge, nur an die Bremsen, wenn du sowas da hast, wenn du den ja jetzt halt vertrest. An die doppelten Dinger, das ist irgendwann ja wurscht. Ähm, joa, wie soll ich, ich würd' mal sagen, wir machen jetzt noch ein bisschen Warrior Bumble. Woman's Warrior Bumble, das ist nur zu info. Weil, ähm, wir wollen nämlich jetzt noch mal wieder auf blau stellen, damit wir uns wenigstens ein Klarten-Tag noch angeln können, bevor, da das ganze Event komplett wieder vorbei ist. Also, das schwächste Konzerne ist das Kanon-Tag. So, ach komm, da wird jetzt die Page schieben. Sinnloses Kanon-Tag und die kann man jetzt kurz raus. Er hat nur noch Träle ja, hm, 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 hm. Ja gut, dann konnte ich mit meiner Goliath-Tag nicht mehr. Und tschüss. So, Härte-Kraft, können wir benutzen, Charisma nicht. Ne, doch, Charisma können wir benutzen. Wurde ganz in einer Scheiße gesehen, wenn ich so, aber natürlich ist die E3. Ähm, okay, dann gucken, hoffen bitte Charisma, Charisma, ja, voll. Und schau, Bigitell, und sie. Ähm, Tempo, Charisma, Härte. Nimm wirklich nur auf Härte. Und tschüss, Alexablis. Tempo, scheiße, wir haben nur Charisma hier. Ähm, komm Aska, und tschüss. Dann sagt unsere jetzt auch mal, oder? Wir haben es, um, wir haben es sogar noch geschafft, einmal durchzuhalten. Ähm, das Problem ist, ich habe keine Tempo gerade hier. Ähm, bisschen kacke, okay. Und hoffentlich schafft es jetzt die nachzunehmen. Hm, Belli, 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 Belli. Ja, Kopf, ja, ooooh, tschüss. Ähm, geben wir auf Härte. Aber jetzt, ja, klar, okay, komm, Lita. Sowas lassen wir uns nicht gefallen. Wenn die hier unseren Pool gegen den Kopf hauen, dann hauen wir die auch noch in den Pool gegen den Kopf. Dann gibt es jetzt eins mit Tempo. Eins mit Härte. Äh, ja, früß ich ihn raus an Super King. Ähm, und, joa. Ah ja, Leute, übrigens, äh, ein Kumpel von mir ist bei mir nicht auch in der Gilde drin, das ist richtig nice. Äh, wir sind wohl ein paar Teule, wie sie sagen, dass mich auch sehr überrascht hat. So, und jetzt, der Boss wird platt. Und jetzt, tschüss aus dem Sinn. Ja, tschüss. Boins, ja, dauert nicht mehr lange. So ist, tschüss. Tschüss, ja, mal jetzt mal. Moment, es los. 26, 26, 26,. Und, 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 und. Also, ich gebe mir mein Freak. Giebe mir, komm, komm, komm. Giebe mir eine Karte auf meinem an. Komm, komm, komm. da oben hier unten aber da aber ja das ist ein bisschen traurig muss ich sagen was wir da jetzt haben zurzeit also ne 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 leute das ist so selten ein freebie zu ziehen auf seiner stufe das ist nur wenn du eine stufe höher kommst siehst du natürlich ein freebie das ist ja normal aber nicht wenn du auf eine plus stufe gehst das ist das freudige daran das ist das was mich richtig aufregt wenn du mal gleich eine stufe aufstehen tust dass du gleich ein freebie kriegst das wäre geil also so auf plus stufe dass du dann wieder ein freebie kriegst das wäre auch schon das sollte sich der denkensprechende mache ich darf ihn jetzt aber nicht einfach mal in den kopf setzen außerdem ja toll läuft hier wieder ist auch der akku fast abgeschmiert bei 15 prozenten will nur ein bisschen handeln naja ja ok jetzt geht das gesperr mal los jetzt aber hier hoppa die weite lieber und hause raus hier das mädchen tempo wird dumm härte wäre gut charisma wäre scheiße kommt schon das tempo hält durch wenn er jetzt eine teile gespielt bin ich am arsch so jetzt gehst du auf härtemotion auf schau wo jetzt kommen wir nie noch eine runde charisma ich will auch so die schale kann natürlich weg das ist eine pro die teile schale und natürlich so jetzt hat er nicht die bälle haben ja komm ich gebe ihm mal ein So, jetzt muss ich auf Charisma gehen, wenn man hier aufhälte, damit meine Asuka rauskommt. So, jetzt können wir aufhälte, weil das ist dieses clevere Spiel, was man jetzt hat. Du musst ja verstehen, dass du jetzt rauskommst und jetzt wieder eine Höhe stehst. Und dann kriegst du da ein Punkt, okay, dann hab ich das so gesehen. Der Mann. Das ist nah und sicher, ne? Wir haben immer eine, wir haben eine, wir haben eine verliert, also. Habt ihr eure Kommentare, ob ihr das schon gleich verlernt habt oder nicht. Wäre wirklich voll interessiert und gleich zu mir im nächsten. Hm, da? Da? Komm schon, gib mir. Bitte. Kommt mal. Wie ist das schlimm hier? Wenigstens gibt es jetzt Aufladungskarten dazu. Und, jo, ich bin in den Top 25 jetzt. Kurz vor Absteigen. Ich hab aber das Gefühl, dass ich da nicht mal lang sitzen werde. Also, in der Platinliga würde ich gerne sitzen bleiben. Tausendmal lieber. Fuckin' Bobby Murphy, Alter. Leck mich doch. Hier, da. Tony Nies. Haben will. Gerne. So, aber jetzt hab ich ein Problem. Ich bin in meiner Liga auf dem 25. Platz. Kurz vor und abrutschen. Wirklich kurz vor. Also, wenn ich jetzt noch einen Platz runterfliegen würde, würde ich dann komplett rappochen in die Goldliga. So, da gibt's 960 Competitive Points. Das wäre jetzt ungerechnet. Mein gerechnet wäre mir bei 1000 noch was. Das heißt, ich müsste jetzt spielen, 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 bis zum Umkippen. Dass ich dann auf die Bestenliste, beziehungsweise, also von Team Halschiff und so gleich, ähm, dass ich dann bis oben auf IV komme. Dass ich mir dann zwei so eine Dinger kralle. Oder natürlich auch Blau hier oben. Aber Blau hier oben gibt's nicht. Das ist natürlich das Grüne, ist natürlich dann hier das Gelbe. So, und wenn wir halt auf das Blaue da oben gehen, ist natürlich das Grüne dann das Blaue. So gesehen, da kannst du nur ein Packen und zwei Mommenslust. Also, wenn du dann hoch auf den hellen Blauen, also auf den dunklen Blauen gehst, gehst du auf den Turkisen. Das heißt, du kriegst drei Mommenslust und ein Pack gehst du dann rüber aufs Lila, ne. Kriegst du natürlich zwei Packs, drei Mommenslust. Und dann kriegst du hier vier Mommenslust und dann hier so weiter und so fort. Und wenn du dann über Rot, also wenn du hier direkt auf Rot kommst, oben natürlich, kriegst du natürlich den ganzen Scheiß da, was da alles so ist. Natürlich. So. Ähm, was natürlich jetzt noch so ist, ich könnte mir dann den nächsten, dass wir uns den Cedric Alexander holen. Aber ich bin nicht so der Fan von ihm, muss ich echt wirklich sagen. Und was man sich da auf den Packs alles holen kann, ist da echt schon traurig. Na, ich hoffe, dass wir in den nächsten Pack, was das für ein Pack ist, was für ein Hack definitiv kriegen werden. Dafür wird es auch noch ein Video kriegen. Ähm, würde ich mich schon freuen. Ich meine, wir haben jetzt Montag, Monday, drei Tage, vier Tage, Donnerstag wird das Video hochkommen. Ähm, wie wir das Pack hier öffnen. Und alles drum und dran, werde ich alles in einen Dampf verschießen. Und natürlich. Und ja, man sieht hier schon, Platiniger ist die höchste. Rang 1 kriegt hier, also ihr kriegt hier auch Querds hinterher geworfen. So ist es nicht. Also bald. Ist aber, wenn wir jetzt erstmal rutscht, werden wir jetzt noch eine Runde spielen. Suche nach Gegner. Gut, Dex. Grüß dich. Grüße im Video an dich. Wenn du falsch dieses Video gucken tust oder meinen Kanal noch nicht abonnieren haben solltest. Komm, abonniert mich halt. Ich bin nach der Warte. Und joa. Ich bin Sascha, ne. Komm schon. Sascha gegen der Teddy. Ich bin so ein bisschen älter. Hm. Ich bin mal krass. Und süß. Hm. Gehen wir auf Kraft. Gehen wir auf Charisma. Und jetzt gehen wir natürlich nochmal auf Charisma. Ja, fuck. Ich hätte auch Tempo wählen können, aber ich hätte mir heute auch bei mir gesagt, ne. Nee, ich bin ja auch Tempo stärker als ich. So, jetzt nehmen wir unsere, ah, äh. Das ist natürlich. Ich kann es mal. Boah, Alter, ist das schlimm. Ich bin ja auch ein bisschen. Und jetzt gehen wir gleich auf die Harte. Ich bin ja auch ein bisschen. Und natürlich gehen wir gleich auf die Harte. Einschneiden. Das ändert mich total, das geht das angeteilt als hier. Also ich kann jetzt gar nicht so sein wie das war, aber ja. So Carissa müssen das komplett jetzt wegnehmen. Und jetzt geht es natürlich 5 zu 2. Und wenn man hier Piki spielen tut, dann passt das hier auch. Und jo, Big E. Härte. Na komm hier, oh die Härte hat mich jetzt nicht. Why no. Kommt ihr hier wenigstens bitte jetzt ein Freebie. Dieses Warten auf WLAN. Das ist ein Zeichen. Das muss ein Zeichen sein, dass der Freebie jetzt aktiv ist. Wollen wir wetten Leute? Wir gucken. Also wir werden es jetzt hier mal machen. Es ist 22 und ich habe hier nichts besseres zu tun, als wegen Ubercard das erstmal wieder aufzunehmen. Oh, bei mir kamen auch schon lange keine Videos mehr. Ich bin mir da auch ein bisschen zu voll geknackt mit jeglichem Mist. Deswegen tut mir leid an meine Community heute und siegen mal. Härte. Ja moin. So, Niki ist Kanonfutter. Ich schließe jetzt etwas zu. Niki, Sascha. Ne, Sascha. Oh Gott, alter. Kann man sich so hart verkacken. So. Der steht in die Feuer. Massen wir dann Kanonfutter raus. Und die Karte ist das zu sprechen. Also irre. Kann ich mal Deiche. Und Schiefe und Häuser. Härte. Härte. Jetzt wird's knifflig. Wir müssen Charisma nehmen. Müssen. Das geht nicht anders. Ich hab das geschehen. Ich kann alles das gewinnen lassen. Gehen wir auf Härte. Kommt jeder ein schwacher Sebastian. Bitte Kraft. Bitte Kraft oder Tempo. Kacke. Schaust alles. Kacke. Schaust alles. Kacke. Warte jetzt. Ich spiel keinen Geist. Mit einem Lieder. Kalk. Geht man mich sogar noch besser. Guck. So. Härte. Tempo. Charisma. Charismatisch. Spielst du los. Atmechartisch. Und gut. Gehen wir jetzt auf Tempo. Dann passt doch. Wir haben gleich noch Härte dazu. Dann passt doch. So. Es ist ein Kadekommert aufgemacht. Das ist ein Kadekommert aufgemacht. Das ist ein Kadekommert. Ich spiel ihm einmal. Aber das ist ganz lieblich anders. Ich packe doch Dings in mir hin. Egal ernstlich. 2 Liter. Jetzt nehmen wir natürlich die Kühne hier. Oh Leute es tut mir gerade leid. Das ist bei meinem Handy richtig nervig. Deswegen. Sorry dafür. Also falls sowas mit mir. Möö. Es kommt heute. Schreibt mal was. Schreibt mal was. Schreibt mir das. Damit ich diese Videos euch schmackhaft gerne machen kann. Schmackhaft gerne so das wir sehen. Ich glücklich. Sonst. Statt. 2 Arme gewann. Alter. Mein erstes Ziel zu einziehen. Das ist ja echt der Kühne. wieder zwei versuche zu öffnen und da hoffen wir jetzt den krieg kriegen keine möchte ich nicht das kann man echt sagen nie glück alter versteckt nie glück da gibt es nicht die heißen glück oder der auzheimer ist die sind ja auch platz eins der weltbesten gelden muss ich sagen wirklich auf platz eins wir sind einer der besten dreitausendsten gelden jetzt geht es hier ans leder im röntgen kannot vor der geht vor also ich schieße kann uns oder eine kanon so Okay. Kein nix mehr Charisma so rum. Nix. Gib mir den ersten Punkt. Dann gib mir Nana den nächsten und dann Trif. Oder ich bin da. Ist das Sascha Banks? Das ist fucking Sascha Banks, Digga. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, und jetzt. Okay. Das ist von mir jetzt geblockt. Ach, du, das schug mich nicht. Ich hatte das vielleicht zwei Tage mal mit Klassen, das war's. Der Rest ist eh auch kein bisschen mehr im Tempo ausgeliebt. Das hat natürlich Spaß durch. Tempo vom Pacer natürlich und dann immer nachher nochmal ne Runde her. Harte. Harte, nehmen wir nicht direkt. Tempo. Und Asper holt uns den Sieg. Das ist wieder ein C8, die, Leute, ihr müsst einfach mal gucken, was die Taten in eurer Leistung sind. C8, die Treue, die sind das, die Lüge. Und wir kommen langsam blau näher. Oh, jetzt aber. Da muss jetzt der Freeway drin sein. Komm schon. Der ist da oben. Da unten. Oh, echt wirklich. Ach, die Tatenhärte. Hau doch ab mit der Pisse. Diese Scheiße braucht keine Sau. So, die Spiele sind wir gerade ausgegangen. Kattelplatz, wir sind was, ich seht ihr, Leute. Wenn ich weiter machen will, also, wie ich jetzt kann, wäre es ganz cool. Joa, wir sind jetzt in King of the Ring in Finale. Also, Finale Runde ist hier oben daher. Ich hab's schon mal geschafft, muss ich sagen. Also, jetzt mischen wir die ganzen Roster durch. Betreten des Finales. Natürlich, wenn ich jetzt, ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich würde das mit, zack, 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 zack. Also, wenn ich jetzt im Finale direkt rauslegen sollte, gibt's sowas. Komme ich weiter, gibt's sowas. Komme ich noch weiter, sowas. Und ich möchte natürlich Roster haben. Und ich bin hoffen, dass ein Alive the Black noch Guten Morgen sagt. Apropos Alive the, wir hatten doch was da gehabt. Den RTG Deck ist doch jetzt nicht mal voll. Mein RTG Deck ist doch jetzt komplett, äh, lülülülü. Ich fände mir gerade ein. Man sehen, die Bänze. mann da fehlt wirklich die gaufe damit ich da wenigstens goliab bin dass ich dann bei bm 34 anfangen dann wenn sowas wieder ist und der ganze andere scheiß so mal gucken läuft eigentlich auch ganz gut oder asker als bm 34 das wäre auch sexy so wann ist das ding hier schon vorbei ne in der stunde ist das ding hier vorbei dazu wird das teil 2 denke ich mal noch kommen ich hoffe dass er und der chef der meinung ist mal wieder was zu machen ich frage ihn mal nachher jedenfalls das sind hier alles suchtig liebe grüße geht an meine gedreite tuka oder wie das so heißt in der debatte ich kann es gar nicht aussprechen jedenfalls wir sind eigentlich eine ganz lustige gerne ja ist voll wie man sieht ich bin ja schon eine ganze zeit drin der hier da unten der pimmel ist ein kompil von mir den kenne ich auch privat und ja ich habe ihn mal eingeladen gehabt da waren wir noch zu 9 8 also wir schmeißen leute raus die inaktiv sind in den tbgs zweimal dreimal inaktiv also maximal zweimal darf man sich erlauben nicht mitzumachen bei den tbg aber ich mache so gut wie immer bei jedem tbg mit weil es lohnt sich ich meine man kriegt hier verdammt noch mal nach dem tbg ne fucking gojat ne fucking gojat darüber haben wir ich habe mich früher wo die gojat stufe raus gekommen ist so hart aufgeregt dass ich keine gojat keine wm 34 habe ne jetzt bin ich mir zugeschüttet mit gojats und wm 34 kann und möchte natürlich ne zerstörten und ne gothic haben so gothic ist das nächste was ich erkriegen sollte das ist ja das komische hühnchen ja und hier falls du das nächste tbg verkacken sollten gibt es natürlich ein männlich von wirsten manier 34 bis gojat und monster und dalala obwohl ich das platin pack besser finde weil man natürlich zweifache chance hat eine pro noch zu machen äh man kann es mal verkacken tut 130 koppelte pikes sind echt nicht viel das silber pack das spricht mich auch ganz gut an obwohl das platin pack das beste ist was du haben kannst so jetzt kommen wir mal natürlich zum thema im wo der rumble natürlich im was ist euer lieblings wwe superstar superstar also superstar also die männer schreibt das unten mal in die kommentare rein und schreibt mal unten rein was eure lieblings diva ist also meine lieblings diva ist ich habe so viele die ich mag aber jetzt so von eigentlichen stil was im ring ist was von der story line aus sehr gut war war bei wessel manier 31 ging was ist und dann muss ich sagen dass ich doch eher auf stings seite bin weil das ding ist einfach krass so meine baby hat nicht gewonnen so hatte ich auch mal gehabt so wollen wir da drauf ein come on oh muss ich beim gestalten komm mir langsam in der probekarte ne hoch auf rein auf rein Die Wild, na geil. Die Brügel, ich nehm sie gerne. So, Atme schmeckt die Wild, Alter. Kann sie auch nicht mehr sehen. Bei mir ist Tempo Hardcore angeschlagen. Das Problem hab ich gerade nicht. So, kann ich man ja auch nicht sehen. Ich schaue mich an. Kein Tempo Kraft. Gut. Gut. Und Tempo Kompon. Das wird ein 2-0 Gretten. 2-0 gewonnen. Perfektes Spiel. Nächste 12 Versuche. Schade, Schokolade, Erfolgsparade. Platz 23, warte mal. Das ist doch nicht so geplant. Natürlich, 2.000 Kompetitive Points ist das Beste, was du machen kannst. Mit 20.000 Punkten. Krank, ja scheiße, Alter. Und die will ich auch haben. Aber ich hänge jetzt hier unten an der Erfolgsliste. Oh, fehlt ja nicht. Oh, hm. Hm. Meine Spieler, Freunde, könnte ich so hart abfacken, dass ich mich mindestens unter die Top-17-Hunde schlage. Ist schon mal in Ordnung. So. Jetzt von den Points, die ich jetzt gesammelt habe, sind 300. Also 500 müsste ich insgesamt sammeln können. Das geht ja noch ein Tag. Das ist ja noch Pille Palle. So. Natürlich machen wir noch ein Monty in the Bank Match. Wo ich ehrlich sagen muss, bei Monty in the Bank mache ich echt wirklich nicht sehr viel. Weil es für mich langweilig ist. Wenn es so trotzdem krasse Karten gibt, bin ich echt der Meinung, dass Monty in the Bank bei mir ausgelutscht ist. Nein, genau. Mal machen wir uns das schon hin. Mal machen wir uns das schon hin. Mal kern. Mal zeigen. Always double out. Like. For the very gracious. Oh shit, das sollte nicht so geplant sein. Aber Speedwork. Und Shit. Jaaa. Aber bergen istets. jetzt kommen wir jetzt die Silber nehmen wir jetzt die Silber jetzt kommen wir hier Karten mit Momentslot, das wird richtig lustig Bate, Warte geht aus, Alter genau, Leiter geht aus, Alter machen wir drei auf den sind für genau bei das was ich nach einem guten match kriegen würde leute ich habe mich versäucht mir gehört ich bin kein semi sein für muss ich sagen wird er zu beschneidig letztes pack in sechs stunden schlaf ich schon immer noch hier läuft irgendwas was nicht geplant sein sollte naja rtg war ja was zwölf minuten ist das ding sowieso vorbei 21 minuten entschuldigung ich könnte mir ja noch fix asker krein wenn das mal so leicht wäre mit den atg-decks man die karten dafür habe ich aber trotzdem nein bis goya komme ich nur also ich komme maximal nur bis wm 34 bis goya komme ich nicht weiter dass die meisten bekloppt und du bist doch ganz hinten spielen bis daniel bryan ist kranker scheiß aber nun ja man wir sind nicht hierbei wünsch dir was sondern du musst das tun naja ich freue mich auf die team atg die nachher angekündigt ist mal wieder die wird definitiv heute abend dann gestartet und joa ich habe 2078 gespielte spiele was echt wenig ist krank mir scheiß für die leiderbelohnung ey ich spiel bis nach ganz hinten bin ja jetzt so schwer dran hm freu mich naja 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 ok ich hab schon ne menge durch ähm ich bin ja schon seit season 1 dabei ohne scheiß seht ihr auch hier an den kartenhöhlen season 1 bei so lange herrscht schon mein account oder existiert er schon ne mal ein bisschen aufgehört weil ich hab das spiel wirklich kaum gespielt früher ja und dann hast du halt die season 1 höhlen Verbesserungskarten Unterstücksungskarten hm hm Season 1 Echt, da kannst du auch reingucken? Big Show Chris, Dean Ambrose David Otanga, Fandango, Goidos Hits Lieder sogar auch noch Ring Mysterio Habe ich auch noch Gehafte Zeit Ja Leute, so Das soll es sein, das soll gewesen sein Mit dem kleinen Video Und ja, ich will euch jetzt nicht Die Ohren abschlechen oder so Jedenfalls lasst ein Like da Und Kommentiert unter diesem Video, ob es euch gefallen hat Oder ob es scheiße war Ich werde jedes Mal Spaß, und ja, darauf freue ich mich am meisten Und ja Leute Bis zum nächsten Mal, ciao